Ficke dich Nimmst du jetzt eigentlich auch einen Moment oder zu dir auf? Nein, gerade nicht Bist wieder? Ja, ja Jo Leute und damit willkommen zurück zu Minecraft Mediary Energy mit dem Flash Mit Centus Dem ich mach alles kaputt heute Es gab so ein kleines Problem und zwar meinte man im PC nach der Reparatur einfach neu starten zu müssen Ohne dass ich mit der Reparatur was gesehen hab oder so Naja ist Windows 8.1 Und dadurch ist anderthalb Stunden Aufnahme für den Arsch gewählt Gut, bei mir ja jetzt nicht Na gut, ich wollte gerade sagen, aber wenn ihr das sehen wollt, dann schaut einfach bei Flash das nochmal an Nein, das wollt ihr euch nicht antun Dann pausiert ihr das Video online, schaut ihr euch die anderthalb Stunden bei ihnen an Die sind sehr produktivreich Das war's Sehr produktivreiche Folgen, oh Egal, ich mach das hier einfach, ne, Centus Muss erst mal Komm mal zu dem Zu den Obsidian Dingen What God fuck you nun Hab ich, kann ich dir welche geben Nein Wir haben irgendwo noch zu viele rumliegen Das ME hab ich leer gemacht Ja? Ja Brauchte fackeln Ich fackel dir gleich eine, ja Komm her Hä? Dann fackel ich die eine Ich hab mir schon welche gemacht Jaaa Ich brauch wirklich genug davon Was willst du von mir? Darf ich das so machen, ja, ne Wo bist du? Da bei der Obsidian Hallo Hallo Ja mach doch, ist mir doch egal Du machst doch jemals Ja, ihr habt ja kein Bock, irgendwas anderes hier hinzubauen Ich war grad hier dabei, eigentlich diesen komischen Dungeon fertig zu machen So einmählich Alles auszuheben Ja, wir hatten noch paar Quests erledigt Aber es könnte alles, wie gesagt, bei mir wunderschön sehen Ja, wenn ihr wollt Ja Und wenn ihr den Arsch nicht mögt, dann ist das auch egal Das juckt mich, nein Ich hab mich, oh Ich hab fast runtergefallen Nö, das juckt mich nicht Das juckt mich nicht Das ist egal Das ist einfach nur ein dummer Flash Mehr auch nicht Ja Alles voller Spinnen da unten, ne Geil Ich budde einfach nach unten Dann kann ich sicher gehen, dass ich da Voll angegriffen wird So, ich brauch jetzt Fluiducts Fluiducts Was ist, wenn ich da rein, boll Ah Itemducts Hab ich keine Fluiducts mehr? Spinnen, spinnen Ja, ich bin dumm spinnen Wir haben doch Wir haben doch massenweise Fluiducts Oder mit dem Beutel Ja, ich bin doch noch ein Spawner Ist doch gut Hm La 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 Weißt du auch, warum das gut ist? Hm Mobfarben Haben wir doch sowieso Ja, aber hier Kannst du richtig als Mobfarben nutzen Okay, das ist natürlich nicer, nicer Weil ich glaub, es gibt ja auch richtig heftige Ebenen noch So Die tun wir schon mal Boah, ihr hässigen Spinnen, ne Keine Pieper Pieper Pieper, Pieper, Pieper Pieper, Pieper, Pieper Ja Trends So Erstmal soweit alles dicht machen Transport Pipes Ach, damit hast du die gemacht Okay Hä? Ne, mit diesem Wasser Ja Ich glaub, da kann ich in den Tank Und hier mit einmal vom Spinnreiter Yay Und gleich so Ja, du bist tot Ne, ne So schnell nicht, ne Boah Dirt Creeper, verpiss dich Bittet dich, Centus Hier guckt den Leuten zu Die sind noch minderjährig Glaube ich mal Die sind genauso gestört wie wir Äh, das bist du, ja Wer uns guckt, ist genauso gestört Ich check das hier nicht Und hier, wir kriegen noch mehr, ähm Mehr Coins jetzt, ne Coins War schön, dass ich die ganzen Backs auch für mich behalten kann Ja Weil ich hier weiß, ich muss hier schön ackern und die Questen machen und du Och komm, wir machen mal einfach Ja Ich komm nicht mit, kannst du alleine machen Ja, mach doch Machst du wenigst, was vernünftiges Ach jetzt Maul Da machst du wieder was vernünftiges, so Glaub mir Ähm, Copper Rüstung Ja, siehst du Übertreib Ein Back in ein Basic Back Übertreib Copper Crusher und Copper Furnace Ja, siehst du Übertreib Und dann noch Mein Good Back Mein Copper Ich Ach ne, das war ein normaler Basic So Wo hab ich jetzt nen Wasseranschluss gehabt Oh ne Enchantment Fuchs Coins 1 Reather Falling 1 Repression 1 Protection Util Protection 2 Und Feuer Protection 1 Ich wollte doch die Maus drehen So Also Recht wie Mist Ey, Fliege Ich hab wieder Freddy die Fliege hier drinne Schwörter Oh, Freddy die Fliege, juhu Am Arsch Gibt's die Ich will die nicht hier haben Ach, sehr ruhig Weißt du, sobald es wieder Sommer wird oder warm wird Da kommen wieder diese scheiß Mistfiecher hier Und klatschen dir voll an ne Scheibe immer Wow, wo kam denn die Spinnen mit einmal her Von oben Ah, Tiffany so weit man 2, 3 Ich glaub, ich muss das hier mal richtig dicht machen Wir waren bei F7 Nochmal wieder anmachen Ja, klar Die kleinen Spinnen kommen natürlich aus den Löchern raus Die noch frei sind Muss man ein bisschen größer machen So, hier muss der hin Hast du ein bisschen Salami Kopf? Salami? Hm Oh, Bacon Hm, Bacon Ich geh mir erst mal Bacon machen Kann ich mir bei dir echt gut vorstellen Nein, das hab ich gestern gemacht Ja, ja So, erstmal soweit alles ausleuchten Wasser 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 fließt rein Brauchte das Ding Ströme? Ströme? Ich glaube nicht Ich glaub nicht, dass er Ströme brauchte Aber ich war nicht sicher Was für Ströme? Dein Kopf? Nee, das äh Ding hier Da der Kopf Brauchte das Ströme Boah, die Spinnen, ne? Da geht's weiter runter Dann machen wir mal ein bisschen dicht, würde ich sagen Ja, es braucht doch Ströme Ströme, Ströme, Ströme Kein Video bitte, danke Ja Das geht auf das Gear Oder was? Was? Auf dein Gehirn? Ja, auf mein Gehirn Welches Gehirn? Das ich im Kopf habe Hast du nicht Ja, noch ein Spawner, ist klar Ja, wie machen wir das? Ach, das kann ich von oben eigentlich machen Aber ich komme gar nicht, doch Hehehe Bin enttöten Äh So, Weihnachters Wie krieg ich denn Dirt am schnellsten wieder Dirt Kann ich das irgendwie herstellen? Stimmt, ne? Also nicht Ja, Dirt Das ist Enderman Wieder ist wieder so Brauch ich S und I und zweimal O Brauch ich davon was? Brauch ich einmal Sie und O Enderman ist wieder so Ja S und I und O, ja Dirt könnte ich in Massenweise herstellen Super Ja, wie denn? Mit Alchemie Wisse Wie immer Ja, er gehört aufs was Äh, S und I S, I und O Ich merke mir nicht, was das genau ist Hab ich keinen Bock zu Das ist sowieso zu verwirren Oh, Enderman hat eine Gastrine getropt Hä? Was ist das denn? Keine Ahnung, frag mich nicht Äh, Spiel? Ach, nö Boah, Leck Uh, schade Das war gerade nur ein Leck Hallo, Dirt Cooper Äh, gab es Achso, Quest abschließen Mach ich gleich Genau Mh Mach du mal Warte mal Kannst du gerade aufs Questbuch gehen? Ist ja super Nein, kann ich nicht Schade Müsstest du aber mal Ja, kann ich aber nicht Baut dich ein Ja, baut dich ein Wie immer sind Löcher in den Winden Baut dich Äh, du sexy Baut Dann nicht Gegen Iron Chest Ach man Das Spiel mobbt mich Ja, hast du auch nicht anders verdient Cheese, cheese, cheese Erst Bronx A breath Breath, breath, in gut Breath, breath, in gut Du legst eine fette chest Chest Inner Chest Chest, chest Chest, 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 chest Ja, na klar, hier geht es natürlich jetzt auch runter Die erste Ebene ging dir jetzt nur ein Weg nach unten In der Zilliarden Die gleich sind zwei Ja Die ist doch nix neu Ja, du bist auch nix neu Die kann weg, die kann weg Die kann weg War ja auch nicht So, was haben wir denn hier drin? K-Coins und ein Basic Bag Strom cool ich mir ganz einfach Nehme ich einfach so ne Redstone Energy Saal Baita Braille Strukturen MK1 Oakwood Clanks Die können nur bis 80er F Das reicht Was ist denn das denn Mist? Mein Gott ey Welche Quest vorhanden darf? Ähm, du gehst mal auf Genetic Labor Ne? Ja Und dann oben links ist ähm Lab Acquired to Breeding Hast du da schon irgendwas von 100? 100%? Ja, eins Okay Dann kann ich die gleich fertig machen Bitte nicht Kabel kaputt gehen, danke Maximale Output Warum müssen das spinnend sein? Also nicht Na ja Zombies sind genauso nervig Ehhh Ehhhh Okay Oder einfach nur Creeper Die machen nur Bumm Ne machen wir High Vor allem die machen nur Bumm Ne Bumm 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 Würdest du hier nur alles explodieren hören Mhm Weil ich da immer irgendwas Bumm 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 machen würde Ist mir egal Am besten nur noch Dirtküber Ja Was denn? Ich hab noch nicht mal eine Schaufel mit Sag ja nur Am besten wären das nur Dirtküber hier unten Okay Mal Die ganzen Blöcke die ich mal abbaue Einfach irgendwo hinsetzen Gerade Bei den ganzen Öffnungen Off Okay Bei High Okay Hatte schon genug Strom oder was? So Genau Ab nehem Schütte The In Pack Das $ Stop Anna Throw union 노래� fingerprints Bring Sold Alles Peace kids Die rolls 社